Seit der große Preis von Baden vor über 150 Jahren erstmals ausgetragen wurde, hat sich vieles verändert. Zum Beispiel die Vielfalt der Menschen, die uns besuchen. Manches ist aber noch so wie immer. Die Bedeutung der Baden-Badener Auktionsgesellschaft für den nationalen und internationalen Erfolg deutscher Pferde. Und diese unglaubliche Faszination für eines der spannendsten Rennen der Welt. Großer Preis von Baden in Ifetsheim. Und jetzt ist es ein Tornado. Sammoum ist das. Er explodiert. Sammoum, Sammoum. Das ist nicht nur die beste Stute. Sie ist eine klasse Stute. Gajat gewinnt. Torcato Tassou. Torcato Tassou gewinnt. Mit René Piccoli. Einzigartig auf der Welt. Wie alle, die dabei sind. Woh! Musik Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Baden-Galopp